Wann kriege ich meine Schuhe wieder? Über eure Schuhe reden wir gleich. Ihre Stammtischfreunde haben ihre Anwesenheit gestern Abend bestätigt. Gute Jungs. Die Aussagen haben in meinen Augen wenig Wert. Wir verlassen uns lieber auf die Wissenschaft. Nuri Korsat ist brutal zusammengetreten worden, bevor er stochen wurde. Das sind die Abdrücke. Heftig. Laut Gerichtsmedizin passen Sie perfekt zu Ihren schwarzen Lederschuhen. Das sind keine Sonderanfertigungen. Aber an Ihnen wurden Fasern der Kleidung des Toten nachgewiesen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Jörg, ich hab mir den Kärmer gegriffen. Der sollte seine Drecksgriffe von meiner Schwester lassen. Ist das nicht bei Worten geblieben? Der Kamelbastard hat auf stur geschaltet. Da bin ich gestern direkt nach dem Mittagessen ausgerastet. Wenn ich hören will. Direkt nach dem Mittagessen also? Direkt nach dem Mittagessen also. Sag ich doch. Wir werden Ihnen den Mord an Nuri Korsat nachweisen. Dem Haftrichter vorführen. Drauf geht's. Aufstehen. Willst du meine haben? Nein, ich mach das. Ich hab kein Problem. Nein. Fuck! Scheiße! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ja!